Und, wie fanden Sie die Premiere? Schönen guten Abend, ja, mein Name ist Moritz Trampel. Die Premiere an sich war sie ein voller Erfolg, aber ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen, die wäre die Zeit und die Raffer, der die Leute es bekaffern, denn du weißt doch, die Menschen hier die Leute nicht wissen. Alles was sie wissen, was die Frauen hier gewissen, wird nicht mal verstehen. Und warum sie werden es nicht sehen, denn das Mic in der Hand ist das Ding, das die drehen werden. Und du weißt, das hört mich ja untermat, motherfucker, cause you know I'm always on this fucking mic. Who the fuck is gonna care about the next level? I don't know, because you know I'm gonna fuck it up. I's a man with a master plan, motherfucker, cause you know I can. I'm the man from Chavo Germany, what the fuck is going on with his love in me? Oh man, I'm the fucking man with the master plan, motherfucker, you can't. It's the man with the master plan.